hi herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem ganz neuen video mit mir für euch ihr lieben heute habe ich wieder ein xxxl eskalations haul für euch und ja ist ein bisschen viel ich hoffe wir kriegen das alles ein video rein aber ihr steht ja zum größten teil steht ihr drauf auf meine langen xxxl beauty haul videos ja wir legen los ganz schnell gehen wir zack zack durch wir haben keine zeit und wenn du wissen willst was ich so geshoppt habe dann bleibt einfach dran ganz viel spaß mit dem video meine ganze ecke ist voll und es ist tatsächlich auch noch nicht alles da es kommen noch ein paar pakete aber das dann im nächsten video ich habe die natürlich nicht alle an einem tag bestellt das hat sich ein bisschen so angesammelt weil ich zeige euch die immer ganz gerne keine kommentare dazu bitte es ich bin einfach ein junkie ich bin einfach ein make up junkie make up ist einfach spaß für mich es ist erholung für mich es macht mir freude jeder der sich ein bisschen mehr mit schminke beschäftigt und so sein ja seine leidenschaft drin hat kann ich glaube ich verstehen normaler natürlich nicht das ist mir klar so wir legen los als erstes kommen wir mal zu diesen schätzchen hier ja sage ich jetzt nichts dazu ist hier in dem video falls du es verpasst haben solltest stelle ich sie vor es ich alle durch und der look dazu ist auch in dem video vorhanden den ich heute auch trage ich drehe es am gleichen tag und jetzt cosmetic sweet shop p shop shop p ja da sind diese ganzen candy paletten ne bubblegum sugar cone cotton candy orange sorbet ja durften leider nach nichts hätte ich mir gern hätte ich mir gerne gewünscht dass sie nach was duften aber ist nicht der fall aber die pigmentierung ist der wahnsinn aber pscht geheimtipp die paletten habe ich bei bh cosmetic auf der homepage bestellt ich schaue auch dass ich diesmal euch wieder alles verlinke aus meinen hall wenn euch da irgendwas interessiert und er wenn ich da den platz für habe was reinpasst ich schau mal wenn das video ewig lang dauert dann werde ich es cutten aber ich versuche es mal in ein video reinzukriegen sind jetzt zeitlich schnell quick quick durch und bei bh cosmetic habe ich zweimal bestellt und da gehen wir jetzt zum zweiten paket im letzten dm hall verlinke ich dir auch hier oben habe ich ja die barcelona palette von bh cosmetic gekauft gekauft im laden genau und ich würde noch gerne aus dem laden die hängen in hawaii holen das mache ich auch und ich habe mir jetzt noch mal vier weitere von der reihe zugelegt weil die pigmentierung ist auch der wahnsinn ich liebe bh cosmetics die machen ganz ganz tolle sachen und zum einen habe ich die summer in sun tropez geholt wunderschön auch 16 farben sind enthalten wenn du das käppchen weg machst die verpackung sieht das so aus mit so sonnenschirmchen und so mega schön und hast du innen drin kleinen spiegel enthalten auch perfekt und diese wunderschönen farben hier ich finde kann man sehen kann man lässt sich sehen und das watch ich euch auf jeden fall ein paar töne der goldton ist mega jetzt und du kommt drin hallo da geht mir eine ab ich stehe ja so auf die schimmertöne die sputsche ich immer zuerst ein paar matte müssen da jetzt auch mal rein so sieht das aus ihr sieht schon die schimmertöne knallen der duochrome ist schön nicht wundern ich habe hier noch so von meiner vorherigen swatch party so richtig eingefressenes pigment in die haut das sind so vier ausgewählte töne der ton ist jetzt ein bisschen matt auf der brust aber ist auch ein matter ton ich versuche den mal ein bisschen aufzubauen das ist ein morph ton ist so ein morph ton der heißt cabana das ist dieser hier morph lila ja für die crease so zum verblenden und so finde ich es ganz schön die schimmertöne sind träumchen der duochrome ist einfach ein schätzchen und ja würde ich auf jeden fall viel freude haben ich finde die palette macht auch viel aus sich her man kann da sehr sehr viele ideen und looks und so herausholen und ja freue ich mich drauf ich musste einfach die reihe haben wie gesagt ich hole mir noch die hänge in hawaii ich glaube da gibt es noch mehr aber ich habe mir jetzt die ausgesucht die mich halt am meisten interessiert haben so dass ich so eine kleine sammlung aus dieser reihe habe und wie gesagt die bastelona palette die habe ich euch ja gezeigt schaut da gerne in das video rein wenn du es verpasst haben solltest die hat mich einfach überzeugt und dann habe ich gesagt okay ich will die komplette reihe haben vielleicht zieht auch noch der rest ein dann habe ich noch die love in london ja die sieht ja die ist halt kühl sieht so aus von der verpackung her schon mal mega schön mit so diesen ganzen ja sehenswürdigkeiten aus london und so den wahrzeichen und sie ist finde ich schon kühler gehalten so ein bisschen blau ist mit dabei lila sehr sehr viele schöne brauntöne so ein bisschen nude mäßig ne und ihr könnt dann quasi hier so ein bisschen mit eyecatcher spielen und ja one shadow würde ich auf jeden fall sagen verblenden mit dem dunklen braunen ton ein träumchen sehr sehr viele schöne schimmertöne da sind die abstufungen jetzt bin ich ein bisschen näher beieinander nicht so weit gehen wir auch ein bisschen in die schimmertöne rein kann man nicht viel sagen kann man nichts viel falsches sagen der matte ist ein bisschen fleckig muss mal gucken wie sich das auf dem auge macht ja also swatches sagen eigentlich immer nicht viel aus da muss man rumspielen aber ich sehe schon an schimmertönen da werde ich viel viel freude haben ich benutze eigentlich immer eine schimmertöne aufs gesamte lied und verblende dann mit matten oder machen wir vorher die crease und dann kommt der schimmertöne aber das ist meine vorgehensweise als nächstes haben wir noch die smitten in switzerland ohne umhülle hinten sieht das dann immer so aus ist auch alltagstauglich sind aber finde ich ein paar ja ist doch schon kühl ist so eine schöne mischung aus kühl und warm wobei schon ein bisschen kühler das ist so der einzige warme ton doch kühl aber ihr habt hier wunderschöne grüne farben auch mit drin was ich sehr sehr schön finde auch ein blauer liebhaber also ganz ganz schön und hier so ein silber das würde ich auch mal gerne aufs komplette lied geben dann gehen wir auch mal ein paar farben rein die mattentöne sind halt hammerpigmentiert sie sind so ein bisschen also die sind sehr weich ich habe viel pigment ich nehme ich gehe auch davon aus dass das pigment ist sehr sehr loser ich gehe davon aus dass sie auch sehr krümmeln werden und schaut mal diesen geilen blau ton das ist auch so ein du chrome mega schön ein bisschen näher kommen ja dieser silberne ton hat auch ein bisschen was von du chrome der hat auch so einen braunen kühlen unterton und dann schimmert das so silbern das gesamte auge finde ich das stelle ich mir das saugeil vor und die nächste palette und die letzte aus diesem bunde hoffe ich zumindest sieht trendy in tokio ich bin absoluter japan-fan es ist einfach so schön und die farben sind ein bisschen crazy trendy und sieht so aus von der verpackung einfach zuckersüß und hier geht es ein bisschen ab das ist nichts für den alltag hier geht es richtig ab hier ist richtig was los richtig schon neon knallig bunt und ja einen look aus dieser palette also nur die palette zu nehmen ist natürlich wie ihr wisst könnt ihr euch schon vorstellen fehlen mir meine braunen töne hier man kann sicherlich ihren look schminken aber das wäre mir dann ein bisschen zu knallig und da gehen wir auch ein paar farben rein hier gibt es einen ton der heißt wasabi wasabi ist ja giftig von der farbe her ja habe ich auch immer mit dem plain finger swatch immer so einen matten ton und ich finde es lässt sich echt sehen kann man was mit anfangen seht ihr mal den wasabi ton der ist so neongiftig grün atom hammer super schön es geht immer noch um bh cosmetics ja und wir kommen jetzt noch zu einer palette die habe ich mir bestellt ja mich interessiert war glaube ich im sale mal gucken ob das was für euch ist und zwar ist es von der sylvia ghani 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 beauty sagt gar nichts ja ich muss man muss nicht alle kennen aber die palette hat mich sehr angesprochen auch mit diesem tier muster ist eigentlich nichts für mich aber irgendwie sieht es aus wie so eine hochfertige tasche oder so ne superschön irgendwie voll elegant kann man haben schöner spiegel mit drin oh gott schöner spiegel mit ihr habt dann zwei highlight auch mit drin und diese wunderschönen farben schöne palette zu rum spielen schön gedeckt muss man sagen also sind neutrale töne enthalten es geht finde ich auch in die kühle richtung hier und ja man kann damit rumspielen schön für den alltag wenn man nicht weiß was man schminken soll ist hier bestimmt auf jeden fall was dabei highlight auch mit dabei und so sehr sehr cool irgendwie die highlighter muss ich auf jeden fall mit reingehen und das würde ich noch einen schimmer und mattenton die highlighter sind der wahnsinn butterweich es ist ein goldener highlighter auf jeden fall ein weißer highlighter hier kann man sehen wie das leuchtet der wird mal zu dunkel sein vielleicht so als topper oder so über den über den bronzer aber der heller ist der wahnsinn also wir nehmen white child das ist so ein schimmernder geiler aubergine ton und ginger die zwei töne also einmal ein schimmerton traum und der matte matte ist sehr trocken bröselig aber ja schöne pigmentierung einfach also sitzt sehr locker einfach drin im fähnchen und ihr seht ihr auch schön 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 ja kann sich sehen lassen finde ich sehr toll also einer einer geht noch oder noch ein zwei paar töne man hat hier so viel auswahl finde ich obwohl die ja auch so finde ich so recht gedeckt aussieht habt ihr trotzdem ein großes farbspektrum also es sieht alles so in diese kühle richtung aber ich finde da geht es voll ab ich spot schon noch mal wild child das ist so ein goldener ton und den highlighter den kann man ja auch aufs auge nehmen und was nehmen wir self love habe ich jetzt über den highlighter die zwei farben schaut mal wie die leuchten das geht hier auch als highlighter klar das ist super schön hammer toll 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 ja kann ich euch auch alles unten verlinken und schöne palette hat sich gelohnt da freue ich mich drauf fühlt sich auch so schön hochwertig an finde ich also gefällt mir 22 farben sind übrigens hier enthalten so bei bh cosmetics gab es auch eine aktion irgendwie ab einem bestimmten einkaufswert hast du eine palette umsonst bekommen warum nicht so hätte ich mir natürlich nicht gekauft aber sie bleibt auf jeden fall spiele ich halt damit um und weil ich zweimal bestellt habe habe ich die schätze natürlich auch zweimal da auch keine zwei paletten deswegen gibt es in diesem video eine kleine verlosung für alle die hier gerade so zuschauen und bock darauf haben ich packe euch natürlich ein paar kleine sachen noch mit rein aber es geht um endeffekt um diese palette noch mit dazu und ich habe noch meine 2000 abonnentenverlosung laufen hier in dem video kannst du gerne vorbeischauen da gibt es noch paletten mehr doppelte chancen das ist die glam reflection smoke palette auch sehr sehr kühl gehalten ich finde einige sehr gedeckte palette ebenfalls wie vorhin aber man kann hier wunderschöne alltagslooks schminken da ist ja wunderschöne brauntöne also so eine nude palette smokey palette finde ich sehr sehr schön mit bisschen blau und da gehen wir auch auf jeden fall rein hier gibt es seidige texturen matte texturen schimmernde texturen und matte mit glitzer und so also breite palette schimmernd metallisch seidig alles dabei ne ich liebe solche töne das ist so ein geiler ton passt auch zu meiner haarfarbe ne so ein look dazu wirkt auf den ersten eindruck sehr unscheinbar aber leute die pigmentierung ist richtig da also beige cosmetic haut mich immer wieder um ist nicht so dass ich die farben nicht schon habe in irgendwelchen paletten aber bäm 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 aber dann dieser ton hier mit der ist so ein schwarz grüner ton ne so ein transit grün ist das und der hat so goldene glitzer pigmente mit drauf aber ihr seht da schimmert trotzdem so leicht ist und wird zu seidig und super finde ich echt geil ich wollte euch noch mal was aus der palette damit ihr mal ein bisschen so sieht was sie da so bekommen könnt genau normalen so einen silbernen anton rein das pigment ist teilweise echt lose drin ist der hammer ich liebe sowas ist so richtig immer bäm ein paar sind auch sehr trocken sollen wahrscheinlich auch so sein das ist dieser ton zum beispiel der ist sehr trocken da ist auch keine namen mit drin aber ein riesiges spiegel enthalten ihr bekommt natürlich eine neue palette von mir nicht die ich hier gerade zu tode durch swatche also die schimmertöne hat bh cosmetic richtig drauf muss man schon sagen die mattentöne sind hier natürlich ein bisschen schwach auf der brust das macht aber nichts weil mattentöne muss ja sowieso aufbauen aber ist natürlich schön wenn die schimmertöne knallen und der ist so ein bisschen da habe ich zu viel produkt erwischt habe ich jetzt hier einmal komplett drüber gezogen der ist sehr pudrig also ich finde der knallt nicht man sieht auch der schimmert nicht so schön hat ein rosé unterton aber es ist eher so ein highlighter finde ich aber der knallt nicht sieht auch trotzdem voll schön aus cool ja die könnt ihr auf jeden fall gewinnen alle infos zu der verlosung zu der kleinen hier die ich reinschiebe findet ihr unten eine infobox wow meine hand sieht total zerstört aus ich mache hier voll die swatch party es sind ja aber auch geile teile dabei auf jeden fall glam reflection smoke palette bleibt auf jeden fall spiele ich mit ein bisschen rum so wir machen weiter das wird ewig lang ich habe bei cosmetic for less bestellt und zwar hat mich da was interessiert und zwar eigentlich überwiegend wegen der wet and white palette ich stehe auf sowas ne wet and white habe ich ja gesagt sieht definitiv auch was bei mir ein du hast gar keine umverpackung drumherum aber ich finde mega schön also mich spricht es an ich mag sowas es macht freude und so wenn du die aufmachst macht es noch mehr freude machen wir mal die folie hier ab das ist die jungle rock palette bretman rock bretman rock ist wahrscheinlich auch irgendjemand sein was eine kooperation jungle rock palette von bretman rock zeige ich euch mal hier schnell so sieht es aus und innen drin ist kein spiegel enthalten steht nur jungle rock oder diese farbenfrohe palette ich finde es echt super ich habe auch gestern zum beispiel mit maske obwohl ich auf arbeit gegangen bin einen look mit dieser palette hier geschminkt diese unscheinbaren schönen haupt diesen hellen grünen ton da oben genommen und habe so ein bisschen dann ausgedunkelt mit der transition farbe mich mal herangetraut so weil die base ist ja da mit dem mit der puder foundation aber ich vermisse es einfach mehr so ein bisschen looks zu schminken und ja ich habe ja genug lidschatten paletten die sollen ja auch verwendet werden schön super schön die hat mich interessiert die habe ich mir bestellt und da gehen wir mal rein habt hier mehr matte töne auf den ersten blick wie ich finde und aber mega geile schimmertöne und matt in die crease zum matt in die crease und irgendeinen schimmerton einfach drauf ich finde die schimmertöne sprechen schon für sich und dieses grün hier das sieht schon so raus als wäre es rein gelegt worden sein gegossen worden und dann platt gegossen so ähnlich wie der ton den ich hier drauf habe wow schaut mal wie der leuchtet hat ein bisschen was von du chrome hat so diesen anthrazit farben unter als base und dann kommt halt natürlich dieser geile grün lila schimmer es ist ein träumchen oh mein gott ich habe ich bin ganz leicht nur eingegangen es ist richtig butterig dann gehen wir in das gold rein gleiches schema also die schimmertöne hier knallen das ist auch wirklich ein geheimtipp hier finde ich von den schimmertönen gut und das wird schon natürlich auch dann gehen wir mal in grün rein wie die so wir sind so ein bisschen okay schwach auf der brust aber lässt sich bestimmt aufbauen fühlt sich gut an auch putrig ja pigment ist vorhanden lässt sich aufbauen also das stelle ich mir sehr sehr geil vor und einer geht noch die haben auch alle namen also die farben die die mattentöne ist okay also grün ist wie immer türkisch sehr sehr anstrengend wahrscheinlich fleckig beim verblenden aber ich finde das pigment ist trotzdem sehr fluffig also so es lässt sich aufbauen bin ich gespannt wie sich das auf dem auge macht und die schimmertöne sind sowieso der wahnsinn damit kann man bestimmt bestimmt was geiles schminken da freue ich mich schon drauf allein die aufmachung es macht einfach spaß gute laune ist vorprogrammiert dann habe ich mir von by cosmetic verlässt noch im sale diese hier mitgenommen hat mich am anfang überhaupt nicht interessiert aber die war mega günstig ich hoffe ich kann die euch noch verlinken ich hoffe die gibt's noch die ist von revolution pro die natalia wie heißt das schätzchen denn hier die frau natalia ich kann es nicht lesen weil das ist so ähm handschriftlich geschrieben die netz palette die finde ich sehr interessant weil die ist ein bisschen anders die hebt sich so ein bisschen ab von den ganzen lidschatten paletten denn sie lässt sich so aufklappen hat keinen spiegel mit drin aber ist noch was anderes ich finde es irgendwie cool ich finde es schade dass das ich habe irgendwo gesehen man kann diese dinger irgendwie rausnehmen hier in dem fall nicht okay aber ja man klappt sie dann so auf und das steht dann so komisch ab kann man die irgendwie hinstellen oder so ja weiß ich nicht war halt sehr günstig habe ich mitgenommen weil ich die irgendwie cool fand von der verpackung her erstmal was anderes ja nichts besonderes sehr langweilig eigentlich aber es musste einfach sein ja sammlerherz und so vielleicht fliegt sie eines tages mal raus und das rutschen mir auch natürlich die schimmertöne sehr schöne braune töne sind enthalten ein alltagslook ja die sind sehr krümelig das heißt viel pigment sehr schönes fluffiges pigment die mattentöne ist ein traum ja könnte natürlich fleckig werden aber man sieht das ja das liegt so richtig oben drauf das pigment da bin ich mal gespannt ob sich das dann auch in die base und so einarbeitet die schimmertöne wie gewohnt revolution qualität ein träumchen kann sich sehen lassen ich werde damit auf jeden fall spielen und willkommen in meiner sammlung von cosmetic verlässt durfte noch eine palette an einziehen diese mich so ein bisschen an die alten naked paletten erinnert hat und es gibt ja bei cosmetic verlässt die firma evelyn oder evil eve line ich würde mal evelyn nennen evelyn cosmetics ruby glimmer so sieht die palette aus die ist in so einer plastikum hülle was ich nicht so cool finde ich wenn es schöner wenn es so ein bisschen in dem pappkarton außen rum wäre dann schützt man sie einfach finde ich die paletten nicht ich finde es cool weil es auch eine metallbox ist und die hat mich mega angesprochen ich werde mir von evelyn auf jeden fall mehr anschauen von der kosmetik und die haben auch super viel pflege ist eine polnische firma wurde aber in frankreich hergestellt zumindest konzipiert und designt und vielleicht dann in polen hergestellt keine ahnung auf wie war das irgendwie was mit frankreich zu tun und ich finde es cool es ist so eine metallbox irgendwie hatte ich mich angesprochen irgendwie weiß nicht ich finde es mega war auch nicht mega teuer und so und ja das naked lässt lösen und das coole an der palette ist da kommt so ein krasser duft raus ich weiß nicht nach was das riecht gummi bärchen oder sowas also es ist der wahnsinn also es kommt richtig ein betörend krasser duft raus ich liebe das ja bei den lidschatten duften und ich weiß nicht ob sie einfach in die farbe in die farben parfüm reingeklatscht haben ihr habt hier auch einen blender pinsel wie bei den naked paletten auch mit drin fühlt sich auf jeden fall schon mal gut an könnte ich mir vorstellen damit was zu machen hier ist auch so ein streng gebunden pinsel um schimmerpigmente aufzutragen was ich immer liebe ein haar in rosé gold finde ich cool aber ich benutze die selten und ihr habt hier einfach solide ich mag diese länglichen fändchen nicht ich denke das so geht es einigen von euch aber ich wollte die ausprobieren ich finde die so cool irgendwie also es würde mir freude machen mit der irgendwie looks zu schminken und das wortchen wir auch natürlich ein paar ich habe auch gesehen dass die liebe frühlings roolina die auch zugeschickt bekommen hat von cosmetic for less weil die marke recht neu ist ja die farben riechen echt das ist voll krass und es fühlt sich mega gut an die schimmertöne sowie die mattentöne machen richtig was her also richtig metallische töne die schimmertöne das ist richtig geil schau mal wie das schimmert unten habt ihr eher so ja das ist hammer das ist sehr cool gefällt mir echt gut schaut richtig gut aus richtig schöne qualität das hat irgendwie 12 euro gekostet oder so ne ich würde mal sagen das ist ein absoluter naked dupe ich habe ja auch die cherry palette da ja da gucken wir mal kurz rein nur so als zum vergleichen nur aus neugier cherry palette ist bei mir auch ohne umverpackung die habe ich mal jetzt ein großes set gekauft mit limfstiften und kajal und so die ich habe die umverpackung immer noch weil es einfach wie eine mancherie verpackung aussieht und es ist auch aus plastik natürlich viel viel schöner viel hochwertiger gemacht das ist ganz klar mega schönes geiles pigment und sieht ähnlich aus sieht echt ähnlich aus kommt bloß kein duft raus ich habe übrigens hier auch den pinsel mal benutzt aber leute das ist 1a dupe so ich habe es dann bekommen schaut mal her wie ähnlich diese sind also wenn ihr einen guten dupe haben wollt in einer wundervollen qualität pigmentierung und diesen atemberaubenden duft kennenlernen wollt schaut mal an das ist doch eins zu eins bisschen unterscheiden sie sich in einigen untertönen aber ich finde da macht sich nicht viel raus das ist doch der absolute wahnsinn die untere ist übrigens die evelyn oder eviline hammer habe ich jetzt gar nicht gewusst ich habe das gar nicht auf dem schirm gehabt ich habe nur gesehen dass es eine eviline palette gibt die mich mega anspricht das so ein bisschen aussieht wie die naked palette ich habe aber ganz vergessen dass ich die cherry schon habe die sind auch gleich groß wie wäre es dupe video habt ihr bock drauf ab in die kommentare ab in die kommentare da gab es noch pröbchen zum aussuchen ich habe mich da gab es nicht viel zum auswählen so einen hohen warnenwert hatte ich auch nicht ciaia manuka tree purifying deeply cleansing was auch immer paste gab es da als pöbchen das war so ein dreier kombiniertes bb cream auch von ciaia ist übrigens auch eine polnische marke und genau das war jetzt ein peeling paste und das ist die day cream in manuka die interessiert mich also die werde ich gerne testen weil honig und dann dieses ähm honig und ich vermute das wird hier was mit teebaumöl noch sein auf meine haut konzipiert bin ich gespannt Leute ich muss das fenster aufmachen weil ich ähm ich fange hier langsam an zu kochen unter den ganzen lichtern ich hoffe die hintergrundgeräusche ähm stören nicht so sehr aber ich halte es hier nicht aus sonst macht es ja auch keinen spaß so ihr lieben das war cosmetic for less wir machen weiter ich bin tatsächlich guter dinge dass wir ganz schnell durchkommen weil jetzt kommen auch viele produkte die ihr bestimmt schon tausendmal bei sämtlichen youtuber gesehen habt und ähm da gehen wir auch mal schnell durch ich habe mir bestellt kurze geschichte geschichte wieder bei jana es geht um diese tensation sister ellie ich habe mitbekommen liebe zuschauerin hat mir auch ein screenshot geschickt dass es wohl bei rossmann verfügbar sei ich natürlich noch nichts davon mitbekommen habe gleich auf youtube geschaut und die ersten leute hatten es schon da ich habe mir gedacht das gibt es doch nicht ich hatte aber auch keine Zeit zum rossmann zu gehen deswegen habe ich online geschaut gab es noch nicht weil normalerweise kriegte die limited editions sofort auf cosnova also auf essence der seite auf der homepage oder auf catrice da habe ich bisher die sachen immer sehr sehr gut bekommen musste jetzt nicht losrennen und alle läden abklappern und danach schauen dann kriegt die super immer online gab es noch nicht online ich habe dann ein paar tage gewartet und habe schon immer mehr und mehr videos gesehen weil die leute dann erzählt haben das gibt es auch bei müller und so ja ich habe dann ein bisschen gewartet und habe jeden tag immer cosnova und essence also auf essence und catrice beobachtet und dann waren die sachen auch verfügbar jedoch aber die essence seite auf die essence produkte auf der essence seite und die catrice produkte auf der catrice seite normalerweise tun sie das immer verbinden das war letztes jahr oder war das letztes jahr ich glaube schon in dieser royal party geschichte so weil das ja so eine kooperation war hast du die sachen immer auf einer seite auch bekommen also du bist auf essence gegangen hast auch die catrice produkte bekommen so da ich aber sofort ich habe mich gefreut mit ein kleines kind dass die sachen verfügbar waren habe ich natürlich jeweils auf den seiten die sachen bestellt ich habe mir dann die sachen bestellt natürlich hat mir dann teilweise auch ein bisschen was zu dem versandkostenfreien versand gefehlt und ich muss dann wieder andere sachen bestellen aber es ist ja nicht so schwer bei essence und catrice und genau das ist die geschichte dazu und dann hatten wir bei essence natürlich ich wollte die lidschattenpaletten haben war eine lidschattenpalette nicht verfügbar ich bin fast durchgedreht also ich natürlich zum rossmann gefahren nichts da zum müller gefahren der ganze aufsteller war abgekrabbelt sofort komplett alles da war aber nicht viel drin habe ich mich wieder geärgert mir fehlt immer noch eine palette weil ich wollte ja fast alles haben und ich bin dann online gegangen am selben tag noch und habe dann gesehen dass dann obwohl ich schon bestellt hatte bei catrice und bei essence habe ich schon bestellt gehabt jeweils unabhängig voneinander bei zwei bestellungen ausgelöst und habe dann am selben tag noch gesehen als ich bei rossmann und müller unterwegs war dass die sachen jetzt auch immer vereinigt auf einer seite sind und dass auch die palette verfügbar war die mir gefehlt hat also eine dritte bestellung ausgelöst um die palette zu bekommen wieder versandkostenfreien versand da gespart wieder was neues reingepackt und deswegen wird das hier ein bisschen mehr als nur diese tensation äh le ja super geschichte ne ja ja das so ein trouble habe ich in meinem leben natürlich habe ich auch mehr trouble aber wäre schön wenn es nur solche Probleme gäbe auf jeden fall habe ich zugeschlagen bei essence einmal habe den heat of the scent maxi bronzer und highlighter nein das ist der maxi bronzing highlighter das ist eigentlich ein highlighter der ist ein bisschen dunkler ein riesiger oschi mit 8 gramm ich finde das sieht mehr aus ist aber ein gebackenes produkt ich mag gebackene produkte nicht so weil die sehr trocken sind aber schaut mal an ich finde sehr sehr schön aber als highlighter viel zu dunkel leider für meine haut ich finde ja mal gucken mit bronzer vielleicht geht das weil da sieht man wenn man wenn es nicht schimmert dann sieht man den balken und das heißt es ist mir zu dunkel ich müsste das echt mal ausprobieren sonst nehme ich das als topper oder so oder so all overglow werde ich auf jeden fall benutzen so passend dazu zeige ich euch jetzt ein produkt das ist von catrice ich dachte das wäre eigentlich was ganz anderes der heißt aber maxi baked bronzing powder also hier ist es quasi maxi baking bronzing highlighter in der farbe habe ich den 010 beachaholic übrigens und habe ich mir den geholt weil ich dachte das war auch im bild ein bisschen anders dass es ein anderes produkt ist und zwar ein bronzing ein bronzer leute das ist eins zu eins das gleiche ein bisschen heller sogar als das von catrice schaut mal an hier seht ihr catrice diesen goldenen stichigen highlighter und den helleren bronzer von catrice im endeffekt aber von den inhaltsstoffen habe ich hinten verglichen ist das eins zu eins das gleiche produkt es kann natürlich sein dass sie sich minimal ich finde auf den ersten blick sieht man keinen unterschied bloß der eine ist ein tick dunkler und der andere ein tick heller und es ist das gleiche produkt es kann natürlich sein dass es ein bisschen anders wirkt weil die marmorierung weil es gebacken und marmoriert dass die halt ein bisschen mehr unterschiedlich ist das habt ihr auch oft bei highlightern und so wenn die marmorierung verschieden liegt dann sind die gleichen produkte einfach auch anders eingefärbt eingefärbt pigmentiert ist eins zu eins das gleiche produkt hey was so hinten da ist voll gemein jetzt habe ich so zwei fette oschis die passen sowieso nicht in meine schublade rein und fast das gleiche produkt sieht aber schön aus kann man nichts sagen sieht schön aus ich wollte echt weil ich die gesehen habe in neu wollte ich dann dachte ich okay verlose ich halt eins aber ich wollte unbedingt vergleichen ob die verschieden sind aber der eine ist wirklich nur heller der andere ein bisschen goldiger okay wir machen weiter mit caprice ich habe natürlich zwei alle beide lidschatten paletten mitgenommen einmal reach up for the sunrise ihr habt das bestimmt schon alle gesehen das sind die warm tones palette musste sein ich finde die aufmachung jetzt nicht so schön wie die von essence natürlich aber es musste sein ich wollte die haben ich liebe lidschatten paletten und die farben sind jetzt auch nicht übel macht auf jeden fall was her kann man sehr coole sachen damit schminken und swatchy swatchy schimmertöne selbstverständlich boah jetzt ein duochrome oh mein gott schaut mal der hier tsch 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 boah bam uh geile qualität das ist metallisch seht ihr den duochrome wie schön der ist geil ja super es fühlt sich auch richtig schön butterig an tolle qualität die mattentöne swatch ich jetzt nicht ich denke mal das wird so eine ganz normale schöne le qualität sein die qualität soll aber besser ich habe es schon bei vielen mädels natürlich angeschaut die qualität soll natürlich viel besser sein als so meins andere le's so dann habe ich mir noch die neutral tones palette das war ja gerade die warm tones dann habe ich noch die neutral tones neutral neutral tones ihr wisst bescheid ja die ist auch schön auch schön ein bisschen grün mit dabei kann sich sehen lassen ähm ja nett sehr sehr nett ja da ist ähm ich glaube so ging es jedem der so ein bisschen sammlerverrückt ist als die LE rauskam dass da alle sehr 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 scharf drauf waren ich auch ich auch was soll ich sagen das war jetzt das cut trees paket jetzt kommt noch das essence paket und dann noch das dritte und dann kommt noch was von kiko ja ich beeil mich ich wollte unbedingt die color bronzing and highlighting palette haben die desite dunes ganz okay mega oschi das finde ich aber so cool weil dann kommt es dann richtig schön in die fähnchen rein ist auch ein spiegel mit drin und ihr habt diese töne hier highlighter bisschen dunkleres puder und so also bronzer sollte es eigentlich sein blush wäre schön aber ich finde das ganze in ordnung so habt ihr halt wirklich für alles ne für alle haut töne ne ja also der highlighter ist natürlich viel 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 zu dunkel für mich der ist perfekt und den müsste ich mal schauen das hat einfach so einen goldenen shift aber es könnte klappen ne aber der in der mitte ist perfekt ansonsten dann als topper all over oder so mega geil das ist natürlich geil aufs auge ne damit könnte man auch im make up look schminken absolut mega geil ja und dann habt ihr halt noch die bronze produkte die gehen wir auch mal kurz rein nichts besonderes aber coole farben sehr schöne kühle töne ihr seht das stelle ich mir richtig geil vor weil es ein schöner aschiger brauner ton ist um kontur zu machen saugeil und die anderen töne sind sehr sehr schön es ist zwar ein bisschen hell für mich aber so ein bisschen das gesicht aufzuwärmen stelle ich mir das richtig gut vor ich habe einige face paletten da aber ich liebe das ab und zu greife ich da echt mal hin wenn ich so mir bock habe schaue ich mir mein ähm bücherregal an wo mittlerweile meine paletten stehen dann darf sowas mal rausgezogen werden ja ihr lieben das war caprice und das eine essence das habe ich auch nur gezeigt zum vergleich dann kommen wir noch zum nächsten paket und zwar habe ich dann auch noch die highlighter und bronzing palette von essence geholt shine like a sea star das sind jetzt aber hier gebackene töne gebacken ein bisschen leicht marmoriert hier noch es ist halt schimmernd ne also es ist es halt auf jeden fall schimmernd gehen wir auch rein ne das ist gar nicht schimmernd also der little mermaid ja doch bisschen aber jetzt nicht so metallisch die highlighter sind der wahnsinn habe ich auch schon bei den mädels gesehen muss ich jetzt innern swatchen aber bei mir ist hier alles ja das ist ein seidiger bronzer ton den könnte ich mir sehr sehr gut vorstellen für zum konturieren und aufwärmen sieht sehr sehr schön aus ist ein schöner kühler trotzdem warmer ton das sieht richtig schön aus mega und die highlighter sind allesamt sehr schön ich könnte die alle sehr gut tragen vielleicht der goldige ton aber selbst der würde gehen wenn man so ein bisschen was goldiges schminkt ein bisschen wärmer unterwegs ist die highlighter sind der wahnsinn man kann es sehen wie die leuchten ja sehr schöne palette die kann ich auch wirklich nur empfehlen habe ich auch schon bei vielen mädels gesehen die das gefeiert haben so dann durfte die palette nummer eins das war die erste palette die ich dann quasi bekommen habe zwar auch die die mich eigentlich interessiert hat am meisten aber ich wollte sie alle haben ist die make a wish little fish ich denke mal ihr habt die schon alle gesehen diese wunderschöne aufmachung ich finde das ist mit einer der schönsten les was sie gestartet haben von essence ich finde cut trees hätte sich ein bisschen mehr mühe geben können von der umverpackung aber die qualität ist sehr sehr schön muss ich schon sagen aber das ist so ein träumchen so 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 schön diese verpackung ist so schön ich denke mal ihr habt die schon alle gesehen ja vorsichtig nicht kaputt machen ich denke mal ihr habt die schon alle gesehen bei anderen mädels da werde ich euch jetzt auch mal zwei töne schnell swatchen aber ich denke das ist jetzt nichts neues für euch nur dass ihr hier auch mal bei mir seht ich habe sie halt auch so zwei schimmertöne swatchen ja schön ne weil du hast hier auch ist halt schön es macht einfach gute laune da unten die zwei lässt sich sehen also wunderwunderschön auch die mattentöne sollen mega pigmentiert sein für das geld na es ist voll in ordnung aber ich finde essence ich finde essence hat es richtig geil gemacht macht es aber cut trees von der umverpackung müsste ein bisschen mehr gehen da fand ich sogar die royal party cooler weil ich ja bei essence dann nicht genug bekommen habe weil es die andere palette nicht gab und ich nur das eine produkt und so weiter hat es mir nicht gereicht für den kostenlosen versand also habe ich mir das vom letzten jahr geholt die gibt es da immer noch ne übrigens wenn ihr die haben wollt die limited edition da die gibt es immer noch also habe ich mir die geholt die spricht mich schon ein bisschen mehr an ich finde die war schon ein bisschen schöner ein bisschen hochwertiger und so als die neue von der verpackung ne ja spiegelt ein bisschen ok ich finde es cool es ist ein riesiger oschi ihr habt dann auch diese klassische sticker mit drin die da immer ja ich weiß nicht was ich mit dem machen soll ich komme auf jeden Fall raus hat so ein ding das fliegt aber auch raus und mini spiegel drin aber es ist immerhin einer vorhanden kann ich nicht umklappen und habt diese wunderschönen Farben hier ich finde die sieht auch auch hier finde ich dass sie sehr unspektakulär wirkt aber man kann da mega viel machen ich finde es irgendwie schön ihr habt da auch sehr viele schöne Schimmertöne metallische Töne das ist was cooles für den Alltag oder für ein Mädel was ein bisschen eine kleine Sammlung an Farben haben will oder so für Einsteiger und die Qualität soll auch sehr sehr gut sein ich bin aber hier überall geswotscht ich muss noch Platz machen das wutsche ich euch natürlich natürlich auch Farben falls ihr die doch noch bestellen wollt oder dachtet die gibt es gar nicht mehr ihr müsst immer auf der Homepage gucken eigentlich mein Geheimtipp wahrscheinlich weiß es jeder aber ich denke das ist ein Geheimtipp ist die Fähnchen sind etwas kleiner da komme ich auch mit meinen langen Krallen voll schwer rein aber da kann die Palette nichts für mit dem Pinsel kommst du rein das sind die Schimmertöne absolut großes Kino schaut euch mal das Gold an das ist sehr sehr schön leuchten schön sind kräftig vom Pigment her top nehmen wir mal noch einen Matten oh schön 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 die Matten sind der Hammer sitzen sehr schön soft drin krümeln so wie die Anastasia Palette ungefähr als Beispiel Anastasia Palette die krümeln ja so geil schön fluffiges Pigment und so kannst du wundervoll damit arbeiten Hammer ja nicht zufrieden nicht interessiert ist eingezogen mit der spiele ich auch rum ist zwar jetzt nichts aktuelles nichts neues aber vielleicht kennt ihr die noch nicht und wisst gar nicht dass es die noch gibt das war die LE vom letzten Jahr so und dann kommen wir noch zu dem letzten Paket da wo dann die beiden Kombis verfügbar waren auf beiden Seiten habe ich wieder was gebraucht um Versandkosten freizuhalten da ging es eben nur um die Turtle You're In My Circle Turtle You're In My Circle die musste natürlich auch sein obwohl ich die Little Fish da auch süß finde aber die ist so so schön mit diesen Schildkröten gestanzt und so schöne neutrale Palette und ja die muss natürlich sein schau mal her wie schön das ist Nude Looks sowieso man sagt immer ich habe so viele Nude Paletten und so ja aber man schminkt ja meistens immer so ein bisschen nudig man braucht immer braune Töne auch für andere Paletten und so also man kann davon finde ich von Nude Paletten kann man nicht genug haben da geht es einfach auch nicht darum ich habe die Farbe schon sondern man nimmt sich eine Palette und spielt einfach mit der Palette herum das ist so cool ich kann es euch nur sagen bei Catrice gibt es ja dann zum Beispiel Online Exklusiv Paletten das war die Nude Pione glaube ich hieß die und die Orchid Dusk die habe ich ja beide und ich habe mir jetzt noch die Bold Gold geholt die gibt es ja so im Laden nicht zu kaufen sondern wirklich nur online und ja Verpackung ist cool Inhalt aber ich wollte sie haben dass sie in diese Online Exklusiv Sammlung hier bei mir auch einzieht ihr habt hier sogar Glitter Pigmente drin wie man sieht mega langweilig ja Nude Palette halt wie gesagt irgendwann mal ziehe ich mir die Palette und spiele halt mit da rum ich finde die Verpackung ist schön das macht gleich Spaß wird halt nudiger Look sehr dunkel wahrscheinlich auch bei mir und ähm muss in die Sammlung darf nicht fehlen irgendwann mal kommt dazu auch ein Look im Paletten Look Book ich habe bisher schon ein Video geschafft ja so und dann gehen wir noch zu Kiko das Problem ist ich habe nochmal bei Kiko bestellt weil die liebe Jenny von Jennys Highlights wenn ich noch Platz habe verlinke ich ihren Kanal da oben wenn du sie noch nicht kennst mich schon wieder angefixt hat bei der zweiten Kiko Bestellung jetzt einfach ja und noch ein anderes Paket von Elf kommt ziemlich auch angefixt furchtbar aber ich habe bei Kiko nochmal bestellt weil die Unexpected Paradise LE reduziert ist die gibt es jetzt aktuell für 30% wenn ihr nicht warten wollt schallakt jetzt zu weil jetzt ist gerade noch ziemlich fast alles vorrätig wird aber nochmal billiger ja wenn es nochmal billiger wird schlage ich wahrscheinlich auch nochmal zu aber ich habe jetzt nochmal zugeschlagen und ich habe dann einmal den Highlighter mir geholt leider in der 02 Golden River das ist der dunklere von den beiden den es gab die es gab und den habe ich mir beim letzten Mal leider nicht bestellt warum auch immer als ich das erste Mal bestellt habe zum vorigen Preis hier oben im Video ich hoffe ich habe noch Platz ein Full Face mit diesen Unexpected neue LE Kiko Produkte geschminkt und ich habe hier noch ein paar Teile mehr für noch mehr Full Face aber gut habe ich schon geschminkt ein paar Sachen habe ich davon verwendet und der Highlighter hat mir dann gefehlt und jetzt habe ich den doch aber der ist mir leider zu dunkel ich muss mal gucken ob der weiter zieht ich habe jetzt nochmal bestellt und der hellere war jetzt verfügbar ich habe gedacht der wäre ausverkauft ich kann den euch ja mal swatchen der ist super obwohl das so gebacken wirkt das ist der Wahnsinn ich weiß nicht warum meine Swatches immer so fein sind so schön super schön aber mir man würde das sehen als Balken vielleicht als all over oder so ein bisschen über einen Bronzer oder so aber schön ich liebe diese LE und ich finde es so schade die Verpackungen da weg zu schmeißen irgendwie aber das nimmt mega viel Platz weg aus der LE dufte natürlich nochmal ein Nachschub von der Powder Foundation und wenn die nochmal billiger wird schlage ich dazu und kaufe alles auf weil die benutze ich ja gerade ihr wisst unter der Maske funktioniert nur Powder Foundation ich benutze gerade meine sehr 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 fleißig ich habe schon Hinterpen erreicht da sind aber auch nur 9,5 Gramm drin da kommt man relativ zügig durch braucht ihr schon eine Weile ich habe mein Schwämmchen auch mal hier gewaschen und so das klappt alles ganz gut weil das benutze ich immer dafür ihr habt ein schönes deckendes Ergebnis ich finde es klasse ich habe hier die Farbe 02 Porzellan ich weiß nicht ob die 01 noch heller ist aber das passt das hat ein bisschen Farbe mit drin das macht so ein bisschen Deckkraft ich wirke nicht so blass habe ich mir wie gesagt auch schon nachgepauft dass ich noch Nachschub da habe dann dufte noch was dufte hier noch mit ein Lip Top Coat sieht so aus aber irgendwie cool das ist so ein das ist so eine schöne Farbe mega das kann ich jetzt das wird so ein bisschen Duochrome swatch ich den mal ja das ist wirklich ein Lip Top Coat das muss über einen Lippenstift drüber ich habe jetzt Bird's Beast drauf den gebe ich mir jetzt nicht drauf aber man kann sich schon denken das ist halt ein Glitzerpartikel mit drin aber ich mag das sieht schön aus ja musste sein die Farbe hat mich auch angesprochen so vielleicht über einen roten Lippenstift oder so oder über einen matten Lippenstift dann habe ich mir nochmal einen Waterproof Eye Marker mitgenommen aus der LE das ist die Farbe 01 das war Transforming Lip Top Coat das war glaube ich nur die eine Farbe mega cool mega cool mega cool weil ein Filzstift ja für für Lux für ohne Lidschatten seht ihr kann ich mir einen schönen Lidstrich ziehen dann farbig das ist eine mega geile türkisgrün türkisgrün smaragdgrün ein bisschen heller das sieht mega geil aus vor ich mich schon drauf und ich liebe aktuell ja sowieso bunte Eyeliner da habe ich Spaß mit und dann habe ich mir noch mitgenommen ein Loose Top Coat ein Puder Leute ich habe in meiner Puder Schublade überhaupt keinen Platz mehr aber es gab nur die eine Farbe genau es gab nur die eine Farbe noch Face and Eyes Highlighter steht auf jeden Fall drauf das ist mega dunkel also für das Gesicht der Highlighter ist zu krass ich muss mal gucken was ich mit dem mache ihr seht das schon an der Farbe das ist ja schon Bronzer das wusch ich jetzt mal der ist aber sehr schön das ist so ein Rosiergold aber als Highlighter natürlich ein bisschen zu dunkel ja aber der hat sehr schönen Schimmer ne der leuchtet mega schön ich muss das mal ausprobieren aber ich kann mir vorstellen dass das hier auf jeden Fall zu dunkel ist es muss ja immer ein bisschen heller sein aufs Auge oder all over ist aber eine Glitzerbombe auf jeden Fall eine Glitzerbombe keine Ahnung welche haben man hat mich irgendwie interessiert ok wir machen weiter es wird immer wärmer in den Raum obwohl die Fenster offen sind ich habe mir noch eine Foundation mitgenommen die hat mir beim letzten Mal gefehlt weil ich ja die Power Foundation haben wollte in der 01 Porzellan das ist eine kleine Tube die mache ich jetzt nicht auf weil aktuell bei mir Foundations wie Schubblei liegen aber irgendwann mal kommt schon die Zeit da kann ich damit spielen unter meinen freien Tagen und so und dann habe ich noch was mich selbst gewundert hat weil es aus der Reihe auch Nagellacke gab da habe ich mir natürlich auch Nagellacke mitgenommen weil ich mag diese Farben für die Füße wahnsinnig gerne ich liebe das das sind genau die richtigen weil rot hast du nicht immer Bock aber ich liebe so dieses mauve rosa sowas ähnliches habe ich auch gerade auf meinen Füßen drauf das ist so so schön wollte ich mal Kiko Nagellacke sollen nämlich mega gut sein habe ich mal gehört aufgeschnappt 10 ml sind drin und diesen wunderschönen Ton die Farbbezeichnungen 003 001 ich glaube es gab noch mehrere genau so schön ja also Unexpected Idee ich freue mich schon auf die nächste Idee ich liebe Kiko MES das ist so geil Leute ich glaube wir haben es geschafft wir haben es geschafft ah ne ein Produkt ist hier noch nicht abschalten stopp und zwar habe ich bei Essence auch noch dieses Produkt hier mitgenommen das war im Laden nämlich auch ausverkauft Shell I Glow Glow Water Mist es ist ähm pures Metall schaut mal an sieht man schon ne der sieht so krass aus das sieht so übel aus und ähm das ist eine pure Glitzerbombe wenn ihr das nicht mögt zu glitzern wie von so einer Glitzerparade das ist wirklich pures Metall und es hat so einen krassen krassen parfümierten Duft der für mich leicht störend ist das riecht so wie das St. Gersam Sprühdings das habe ich schon aufgebraucht ähm nur viel 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 stärker also es hat diesen Sommergeruch aber riecht echt krass und das kann man sich auch den ganzen Körper sprühen das werde ich wahrscheinlich dann auch irgendwann mal machen auf die Beine oder so aber man kann damit auch das Gesicht setten werde ich mal probieren aber ich ahne schon wenn man das schon sieht wohin das führen wird genau das Schätzchen duft ihr mit ihr Lieben vielen Dank fürs Einschalten Zuschauen vorbeischauen und so weiter ja wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest darfst du das hier gerne nachholen ansonsten verlinke ich die hier und hier die letzten zwei Hauls falls du sie verpasst haben solltest schau da gerne vorbei ich würde mich freuen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video bis dahin ihr Lieben Mua Ciao 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 وم schau